Steinberg hat eine neue Software rausgehauen, nämlich WaveLab Cast, ein Tool für Podcast und Social Media. So steht es da online beschrieben und wir gucken mal ganz schnell da rein. Hallo und vielen Dank fürs Reinschalten. Ja, ich will gar nicht lange rumfackeln. Eine kleine Software, die mich, als ich die Ankündigung heute gesehen habe, sofort interessiert hat, weil ich immer gerne gucke, was es denn für nette, praktische Tools gibt. Ich habe die dann auch tatsächlich direkt eingekauft mit 20% Rabatt, den es gerade gibt. Nein, ich bin nicht gesponsert von Steinberg. Wir werfen einen ganz schnellen Blick auf die Homepage und dann in die Software. Steinberg verspricht uns hier großartigen Sound für Podcast und Social Media Content. Klingt ja schon mal gut. Sie sagen, es ist ein, hier haben wir es, Arsenal an ausgewählten Editier-, Mix- und Optimierungsfunktionen und Tools zum Veröffentlichen. Es sieht nach einem ausgeräumten Interface aus. Man kann direkt zu Podcasts, FTP etc. hochladen. Also grundsätzlich mal ein cooles Ding. Die Installation, by the way, war ein super einfacher Prozess. Über den Steinberg Download Assistant runterladen, das Ding entsprechend klar, Freischaltcode eingeben, Software installieren und los geht's. Und wenn man das Tool dann öffnet, begrüßt einen das Programmchen mit einem kleinen Fenster, wo ich entweder bisherige Projekte öffnen kann. Ihr seht, ich habe da schon ein bisschen rumgespielt. Wollte ja nicht dastehen wie der Ochs vorm Berg. Oder eben diverse Presets, die man öffnen kann. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt sagen wir mal, okay, ich will hier Host, zwei Gäste, 48 Kilohertz, was für das nächste Video aufnehmen. Create, bam, fertiges Projekt. Das geht super schnell. Wenn man die Software zum allerersten Mal öffnet, muss man unter Datei, Voreinstellungen, Audioverbindungen. Natürlich hier das entsprechende Audio-Interface anwählen. Mein Steinberg-Interface, das ist im Moment gerade mit OBS Studio am Start und nimmt das alles hier auf. Deswegen kann ich das jetzt hier nicht verwenden. Ich nehme mein Audient ID44. Ich habe meine Ein- und Ausgänge hier schon definiert. Das muss man ja auch nur einmal machen. Und jetzt können wir eigentlich schon sofort loslegen. Entweder man zieht sich bereits aufgenommenes rein ins Programm, was natürlich auch geht. Oder wir nehmen direkt in der Software auf. Ich wähle jetzt hier auf dieser Spur einfach mal Record. Sag, ich will analog Mono den Eingang aufnehmen. Jetzt sagt er, ich muss das Projekt erstmal speichern, bevor ich aufnehmen kann. Mache ich natürlich hier Testnahme vergeben. Für jetzt reicht ja. Drück, äh, hol erstmal mein Mikro her. Drück auf Record und jetzt geht es auch schon los. Das ist eine Testaufnahme mit meinem AKG C414 in Wavelab Cast. Und gut ist. Leertaste gedrückt, gestoppt. Jetzt kann ich diesen Audioschnipsel hier schon nehmen und verschieben. Und natürlich kann ich direkt anfangen zu bearbeiten. Ich kann zum Beispiel schneiden. Moment, ich will ja mithören. So, schon los. Das ist eine... Also, ich will, ähm, Steuerung, Mausrad, um zu zoomen. Testaufnahme mit... Das ist eine... Ab hier brauche ich mein Audio. Taste S für den Schnitt. Ich markiere das Ding da vorne. Drück, entfernen. Weg ist es. Ich hätte auch, das mache ich mal da hinten. Und gut ist. Einfach den Bereich markieren können, entfernen, drücken, auch weg. So einfach geht bearbeiten. Um erstmal eine Basislautstärke zu haben, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, Quelle bearbeiten, das markierte hier, Pegel, Spitzenpegel auf minus 6 dB, normalisieren, anwenden, fertig. Du siehst hier auch, ich habe nichts wirklich gelöscht. Ich habe es nur aus meinem Projekt entfernt. Der Müll von vorhin. Und jetzt geht es auch schon los. Das ist ein... Das ist alles immer noch da. Das heißt, man verliert hier auch nichts, wenn man sich mal verschnippelt. So weit, so gut. So, und jetzt will ich diese Spur natürlich klanglich bearbeiten. Und da stellt Steinberg hier in WaveLab Cast im Spurinspektor verschiedene Tools bereit. Die Hammer und die Neuser, um das Signal zu entbrummen oder von Rauschen und Nebengeräuschen zu entfernen. Dann einen Deesser, den setzen wir direkt mal ein. Ich suche ihn dann nur noch mal ein bisschen größer. Markiere den Bereich und sage Loop Play. Das ist eine Testaufnahme mit meinem AKG C414 in WaveLab Cast. Das ist eine Testaufnahme mit meinem AKG C414 in WaveLab Cast. Das ist ein... Der funktioniert schon mal. Die Einstellung, die ich hier mache, nimmt die nicht für bare Münze. Es geht ja nur darum, schnell mal das Tool zu zeigen. Hier haben wir einen Voice Exciter. Das ist eine Testaufnahme mit meinem AKG C414 in Wave... Die Stimme wird deutlich verständlicher. Flap Cast. Das ist eine Testaufnahme mit meinem AKG C414... Und mit diesem Clarity-Regler wird sie ganz oben raus nochmal ein bisschen präsenter. Reverb ist ja ganz bestimmt ein Hall. In Wave... Ist es, brauche ich jetzt nicht. EQ, Low Card ist immer gut, um so ganz tieffrequentes Zeug, Rumpeln etc. ein bisschen wegzukriegen. Und dann habe ich hier noch einen Dreiband-Equalizer. In WaveLab Cast. Das ist eine Testaufnahme mit meinem AKG C414. In WaveLab Cast. Das ist eine Testaufnahme mit meinem AKG C414. Ja, also wie du siehst, da geht schon wirklich... Das ist eigentlich eine ganze Menge. Wie gesagt, die Einstellungen nur mal, um zu zeigen, was da machbar ist. Dann hättest du noch die Möglichkeit, da unten VST-Effekte zu laden. Dann hast du hier für diese Spuren einen Lautstärkeregler, ein Panorama. Könntest jetzt deinen kompletten Mix da drin fertig machen und den dann direkt rausjagen. Entweder rendern, was super ist. Ich kann hier sagen, okay, ein markierter Bereich, eine ausgewählte Spur, das gesamte Projekt oder die gesamte Montage. Und ich kann sagen, natürlich, wie soll das Ding heißen? Wo soll es gespeichert werden? Und das ist ja wichtig, in was für einem Format soll das überhaupt raus? Will ich eine WAF-Datei, eine MP3, eine FLAC, eine AIF? Also es gibt wirklich Tonnenmöglichkeiten, die auch alle, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage MP3, nochmal genauer definieren kann. Welche Kilohertz, welche Bitrate will ich ausspielen? Und so weiter. Also das ist super flexibel gemacht. Start drücken, raus rendern, gut. Alternative wäre natürlich die Funktion Podcast. Hier kannst du dein Material dann direkt auf eine Podcast-Plattform rausjagen, ein RSS-Feed erstellen und fertig. Also auch das wieder super cool. Und soweit ich das hier sehe, ist das eigentlich ein wirklich rundes Package. Einfach zu bedienen, nicht überladen an Funktionen. Was da ist, ist einfach zu verstehen. Ich habe trotzdem die Möglichkeit, VSTs zu laden zum Beispiel, um mehr in die Bearbeitung reinzugehen. Ich weiß gar nicht, welche Plugins da vielleicht sogar noch mitgeliefert sind. Muss ich gucken. Die Ausspielmöglichkeiten sind super umfangreich, sei es Dateien ausspielen oder direktes Hochladen. Auch eine coole Nummer. Ich selbst bin kein Podcaster, aber kann mir gut vorstellen, dass es sehr praktisch ist. Oder um einfach so eine eigene Audio-Library auf Soundcloud immer wieder abzudaten. Sicher ein cooles Ding. Also ein gelungenes Package zu einem fairen Preis. Danke fürs Reinschalten. Bis zum hoffentlich nächsten Video. Abo nicht vergessen. Ciao.